Dazu geht es und so, kommt heute auch mit Unterstützung von Grover. Ihr könnt Produkte mieten, statt sie zu kaufen. Ihr könnt euch einfach mal auf getgrover.com anschauen, was es gibt. Schaut mal zum Beispiel hier oben in die sofort verfügbar Kategorie rein und schaut euch zum Beispiel an VR Headsets oder Smartwatches oder einen Staubsaugerroboter. Ihr könnt auch jeweils hier sehen, haben wir es hier stehen oder nicht? Wo steht es denn dabei? Wie der Zustand von dem Ding ist, manche Sachen sind natürlich schon mal gebraucht, manche sind auch neu. Könnt ihr irgendwo anders sehen. Ich finde es gerade nicht. Aber ihr könnt hier sehen, was gibt es an Kategorien. Drohnen, Audio-Musik, Wearables, Gadgets, Retro-Gaming. Vielleicht wollt ihr euch mal so ein Nintendo NES Mini ausleihen. Ist natürlich jetzt ausverkauft. Aber das kommt irgendwann wieder. Dann könnt ihr das für einen Zehner im Monat mieten. Das ist günstiger, als sich das für 70, 80 zu kaufen. Sie haben auch schon hier das Super Nintendo Mini. Oh, das ist ein echter Super Nintendo. Das scheint mir doch ein echter zu sein, so groß wie der Super Nintendo ist. Das ist richtig. Hier ist der Zustand. Das ist so gut wie neu. Wow, nicht schlecht. Ja. Gut, echter Super Nintendo ist natürlich auch nett. Ihr könnt mal hier reinschauen und diese Produkte monatlich mieten. Ihr könnt die monatlich dann verlängern oder auch nach einem Monat zurückgeben. Ihr könnt sie auch übernehmen, wenn ihr sie behalten möchtet. Oder wenn ihr es nur testen möchtet. Oder wenn ihr was für ein Projekt braucht. Wenn ihr einfach noch einen Satz von Kopfhörern braucht. Na gut, dann kauft euch halt hier. Mietet euch hier einen Satz von Kopfhörern und oder Fotoobjektive gibt es auch. Kameras gibt es auch. Wenn ihr mir nicht glaubt wegen den Kopfhörern, dann könnt ihr die einfach alle ausleihen. Zum Beispiel. Ihr könnt mal auf GitGrover gehen. Mit unserem Gutschein Code Bits gibt es 25% Rabatt. Ein Hörer hat gesagt, es sind nur 20. Hier im Text stehen, es sind 25. Müsst ihr mal sehen, wie viel dann wirklich stimmen. Auf jeden Fall für den ersten Monat gibt es dann diesen Prozentsatz an Rabatt für ein Produkt eurer Wahl. Und klickt mal auf GitGrover.com und dann unseren Gutscheincode Bits verwenden für eine Miete von technischen Geräten. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Tschüss. 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 Tschüss.